Ciao, liebe IBE-Fans! Wie ihr wisst, ist morgen das Derby hier. Bis jetzt sind schon sehr viele Plätze weg, sind aber noch ein paar übrig. Wir hoffen, dass ihr die noch gefüllen könnt. Am liebsten wäre es uns natürlich, wenn alle schön in Gelb kommen würden. Und möglichst früh, weil die Meistermannschaft von 86 geheert wird. Dann haben wir ein schönes Fussballfest.